Gerade große Bauprojekte bedürfen einer professionellen, juristischen Betreuung. Von Anfang an. Darauf haben wir uns spezialisiert. Böck-Oppler Hering Rechtsanwälte Partnerschaft. Bau- und Immobilienrecht ist unsere Sache. Investoren, Eigentümer, Bauunternehmen, Architekten und Ingenieure. Unser Klientel baut auf langjährige Erfahrung mit Weitblick und Zielorientierung. Wir kümmern uns. Bleiben Sie gelassen. Mandanten mit nationaler und internationaler Ausrichtung aus den Bereichen Sportarenen, Flughäfen und Industrieanlagen, großvolumige Büro- und Gewerbeeinheiten bis hin zum Straßen-, Autobahn- und Brückenbau vertrauen auf unsere fachjuristische Kompetenz auf höchstem Niveau. Wir sind dort, wo immer Sie uns brauchen. Mit Niederlassungen in München, Berlin, Hamburg und Köln. Wir handeln mit detaillierten Kenntnissen der Branche und Geschäftsfelder, mit Einfühlungsvermögen und Zeit für den Mandanten, mit Fingerspitzengefühl zum richtigen Zeitpunkt und mit pragmatischem Beratungsstil, praxisorientierten Lösungen und offener Darlegung der Chancen und Risiken Ihrer Projekte. Sie können gelassen bleiben. Unser Motto Prozessvermeidung so weit möglich, aber mit Biss, wenn nötig. Unser Erfolg gibt Ihnen Recht. Böck-Oppler-Heringrechtsanwälte-Partnerschaft.